Wir sind Lehrer und Schüler des Wittekind-Gymnasiums in Lübbecke. Wir sind Europaschule und haben Austauschpartner in ganz Europa und in der ganzen Welt. Wir alle wünschen uns Frieden. We wish for peace. Wir alle sprechen über die Welt, die Europa und über die Welt. Wir wünschen uns Frieden in Europa, weil Krieg schrecklich ist und viele Menschen Opfer kostet. Wir wünschen uns Frieden in Europa, um in der Vergangenheit zu leben, um in der Vergangenheit zu leben. Wir wünschen uns Frieden in Europa, weil jeder in der Vergangenheit will leben. Wir wünschen uns Frieden in Europa, damit wir nicht leben können. Wir wünschen uns Frieden in Europa, weil ich es schrecklich finde, die Angst zu haben, dass bald auch in Deutschland Krieg herrschen könnte. Wir wünschen uns Frieden in Europa, weil wir uns Frieden in der Vergangenheit verlieren können. Wir wünschen uns Frieden in Europa. Wir wünschen uns Frieden in Europa und Garena Berjong Ito Mengarikian We wish for peace because we as a global community are obliged to help and protect our fellow Europeans. Eu desejo a paz pela segurança dos meus familiares e amigos. We wish for peace because it is the foundation a life is built upon. I wish for peace because I love my family on the Palawashi and I would like to save Chantichai. I wish for peace because we realized, especially during the MIGA project, how international cooperation is important and how beautiful friends can live and must be protected. I wish for peace because I would like to thank you and thank you so much for your support. I am happy because no one has earned losses. I wish for peace because people die in war and every life is unbeatable. I wish for peace because all people have the right to live. I wish for peace because all people have the right to live. I wish for peace because the war is only a lot of one of the people who have the right to live. I wish for peace because the war is No Peace. wenn es ein Weltkrieg gibt, verlieren noch mehr Menschen ihr Leben. Ich bin gegen den Krieg. Ich möchte, dass die Welt in der Ukraine leben. Und ich wünsche mir, dass die Krieg in diesem Video auf der Krieg verletzt. Ich möchte, dass ein Krieg in der Welt ein Krieg gewesen wäre, weil meine Kinder sehr Angst haben, besonders in der Ukraine. Ich wünsche mir Frieden, weil Kriege sinnlos sind und so Menschen unnötig, verletzt oder sogar getötet werden. Ich wünsche mir Frieden, weil Kriege sinnlos sind und so Menschen unnötig, verletzt oder sogar getötet werden. Ich wünsche mir Frieden, weil durch den Krieg unschuldige Menschen sterben und ihr Zuhause verlassen müssen. Ich wünsche mir Frieden und dass keine Rechte auf dem Krieg infections banget haben Ich wünsche mir Frieden, weil keiner den Tod verdient hat. Ich wünsche mir Frieden, weil sie den Tod nicht verdient haben, Ich wünsche mir Frieden, weil manche fliehen und auch viele sterben. Ich bin für den Frieden, weil es haben schon so viele Menschen ihr Leben verloren. Und wenn noch immer mehr Menschen ihr Leben verlieren, dann gibt es bald keine Zukunft mehr. Ich wünsche mir den Frieden, dass die Welt der Welt der Welt der Welt geöffnet werden. Untertitelung des ZDF, 2020